In dem nun folgenden kleinen Tutorial möchte ich einmal ein paar Anwendungsbeispiele für DrumMaps in Cubase zeigen. Ich habe jetzt hier bei mir Cubase 6 mit einem leeren Projekt, da ist also noch nichts eingeladen und ich möchte jetzt mal beginnen hier als erstes ein VST-Instrument in mein Projekt einzubinden. Mit F11 rufe ich die VST-Instrumente auf und da suche ich mir jetzt mal ein relativ spezielles VST-Instrument und zwar VPS-Metrum. Das ist ein Plugin spezialisiert auf Kickdrums. Wenn ich den jetzt hier mal reinlade, fragt er mich, ob eine Spur dafür erzeugt werden soll. Ich bestätige das. Eine Spur brauche ich ja auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier die Oberfläche von diesem VPS-Metrum und wenn ich den mal kurz anspiele, dann hört man, dass der hier Kickdrums generiert. Und hier im vordersten Feld, Library, habe ich auch schon eine ganze Menge Kickdrums zur Auswahl. Wenn ich die nur einmal anklicke, kann ich mich da ein bisschen durchhören. Ich möchte jetzt mal aus der Kategorie Pure OSC Kicks was verwenden. Also reine durch einen Oszillator erzeugte Kicks ohne weiteres Sample-Material, was hier gelayert ist. Dann nehme ich jetzt hier mal die aller, aller einfachste hier ganz vorne in der Liste. Per Doppelklick wird die ausgewählt und jetzt kann ich sie hier spielen. Und mit dieser Kick als Ausgangsbasis möchte ich mir jetzt hier mal ein einfaches Drum-Pattern erstellen. Gehe also wieder raus. Habe jetzt hier schon mal das Ganze vorbereitet, dass der Cycle-Bereich hier für einen Takt gesetzt ist. Per Doppelklick erzeuge ich hier einen MIDI-Part. Und per Doppelklick öffne ich jetzt mal diesen MIDI-Part. Suche mir hier die Note C3. Auf der Tonhöhe möchte ich meine Kick spielen lassen. Wenn hier akustisches Feedback aktiviert ist, höre ich das auch, wenn ich jetzt hier eine Note eintrage. Ich habe jetzt hier auch den Zeichenstift ausgewählt als Werkzeug. Und jetzt setze ich mir mal meinen Pattern, so wie ich das haben möchte. Damit ich mir da ein bisschen leichter tue, werde ich jetzt hier den Cycle-Bereich verwenden. Der ist hier oben schon aktiviert. Lass das also mal im Cycle spielen. Ja, und das ist jetzt hier mein einfaches Grundmuster, auf dem ich aufbauen will. Allerdings möchte ich an dieser und an dieser Zählzeit jetzt eine Snare haben. Da entferne ich also die Noten wieder. Und jetzt habe ich ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt hier zusätzlich eine Snare haben möchte, dann müsste ich die ja zumindest in dem allerersten Anlauf in einer zweiten Spur erstellen. Denn diese Spur ist ja mit dem VPS-Metrum verbunden, also mit diesem Kick-Drum-Synthesizer. Und um jetzt hier eben eine Snare zu spielen, bräuchte ich eben ein anderes Instrument, an die die Noten für die Snare dann gesendet werden sollen. Das könnte ich eben in einer neuen MIDI-Spur machen. Das hat natürlich auch schon bei zwei Sounds den Nachteil, dass ich die nicht mehr gemeinsam in einem MIDI-Part editieren kann. Kommen jetzt noch weitere Drum-Elemente dazu, die ich aneinander ausrichten möchte, dann müsste ich vielleicht drei, vier, fünf oder mehr Spuren machen. Und das wäre eigentlich schon ziemlich unpraktisch. Schöner wäre es, ich könnte die Snare jetzt hier auch mit in diesem MIDI-Part eintragen und die Note dann einfach an ein anderes Instrument senden. Und das geht tatsächlich über Drum-Maps. Als erstes möchte ich jetzt mal ein neues VST-Instrument einbinden. Also über F11, VST-Instrumentenliste. Dann nehme ich jetzt mal den Zeta plus zwei. Ich brauche jetzt keine neue MIDI-Spur für dieses Instrument. Hier suche ich mir mal einen Snare-Sound raus. Den kann ich natürlich jederzeit später dann verändern und modifizieren. Von mir aus der hier. Als Ausgangsbasis auf jeden Fall OK. So und jetzt muss ich hier für diese Spur eine Drum-Map einrichten. Dazu muss ich den Spurkopf hier vorne mal ein bisschen vergrößern, bis ich hier die benötigten Schaltflächen sehe. Und zwar brauche ich jetzt hier diese Schaltfläche mit diesem Drum-Stick. Wenn ich da mit der Maus drübergehe, wird mir auch angezeigt Drum-Map. Da klicke ich dann mal drauf und gehe hier in die Drum-Map-Einstellungen. Und standardmäßig sieht man jetzt hier diese General-Midi-Drum-Map. Mit der möchte ich jetzt hier aber nicht arbeiten. Ich mache mir über Funktionen eine neue Drum-Map. Die ist jetzt noch ganz leer. Damit ich die hier aus dem Editor schon mal anspielen kann, kann ich jetzt hier unten einen Ausgang wählen. Momentan geht das an den Metrum. Wenn ich jetzt hier vorne in die erste Spalte mal reinklick vor der Note. Dann wird die entsprechende Note angespielt. Hier haben wir auch das C3, da wo meine Kick gespielt wird. Und da gebe ich diesem Eintrag gleich mal einen neuen Namen. Statt Sound61 einfach mit der Maus reinklicken. Soll jetzt hier Kick stehen. Und auf der D3 möchte ich dann meine Snare haben. Das trage ich jetzt hier auch schon mal ein. Allerdings soll diese jetzt hier nicht an den Ausgang der Spur geschickt werden. Das wäre ja auch wieder der Metrum, sondern an ein anderes VST-Instrument oder einen anderen MIDI-Kanal. In meinem Fall jetzt hier an das VST-Instrument 2. Und schon kann ich die Snare hier anspielen. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, kann ich jetzt noch die Zeilen nachträglich verschieben. Einfach hier in das Feld für Tonhöhe klicken, linke Maustaste gedrückt halten und das Ganze nach oben schieben. Jetzt steht die Kick am Anfang der Liste. Dasselbe mit der Snare. Die soll danach kommen. Und jetzt bereite ich auch schon mal was weiteres vor. Und zwar auf E3 möchte ich gerne später eine Hi-Hat haben. E3 haben wir hier. Benenne das schon mal. Und schiebe das auch hier hoch. Da werde ich mich später nochmal drum kümmern. Jetzt aktiviere ich hier für diese Spur die gerade eben erstellte Drum Map. Jetzt wird das Ganze hier in der Drum Map Darstellung angezeigt. Jetzt wechsle ich mal wieder zurück zur Objektauswahl. Doppelklick auf den MIDI-Part öffnet dann jetzt hier den Drum Editor. Das kann ich mal ein bisschen zusammenschieben. Umschalt-F zoomt die Darstellung auf. Jetzt kann ich hier meine Snare setzen. Auf den Zählzeiten hier, wo ich das vorhin schon haben wollte. Ich höre es mir mal kurz im Zusammenhang an. Ja, und das ist natürlich ein großer Vorteil. Vor allem dann, wenn man jetzt hier kein spezielles Instrument für Drums verwendet, wie zum Beispiel Battery, wo man ja so Einzelsounds auch auf jeweilige Noten legen kann und Einzelne rausrouten. Wenn man das eben nicht hat, wenn man das nicht möchte, wenn man hier einzelne Instrumente für jeden Sound verwenden möchte, dann gibt es eben die Möglichkeit, hier so eine Drum Map zu nutzen. Und dadurch habe ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, im Mixer, ich rufe den mal auf, über F3, diese Spur mit Effekten zu belegen. Ich benenne das jetzt hier nochmal ein bisschen besser. Hier haben wir die Kick. Hier haben wir die Snare. Und für die Snare möchte ich jetzt mal einen Effekt einsetzen. Gehe mal in den Instrumentenkanal rein. Und wähle hier mal von Camel Audio dieses Space Plugin aus. Hören wir das mal an im laufenden Betrieb. Ja, und mit diesem Effekt möchte ich das jetzt hier mal belegen. Vielleicht möchte ich davor noch einen anderen Effekt setzen. Ich ziehe einfach den Slot hier durchgreifen, hier bei diesem I mit der Maus eins weiter nach unten. Jetzt bekomme ich hier vorne wieder Raum, um in der Effektkette einen Effekt davor zu setzen. Ja, so könnte ich das jetzt beispielsweise gestalten. Wie gesagt, möchte ich jetzt noch ein weiteres VST-Instrument hinzuholen. Über F11 rufe ich mir nochmal die Liste auf und nehme jetzt nochmals den Zeta plus 2. Ich brauche keine neue MIDI-Spur. Und hier suche ich mir auch mal wieder eine Hi-Hat. Etwas seltsame Hi-Hat. Suche ich mir mal was anderes. Gehe ich mal auf den Classic Content. Relativ einfache Hi-Hat. Und die möchte ich jetzt auf der E3 haben. Gehe also direkt hier mal per Doppelklick in den MIDI-Part rein. Da öffnet sich die Drum-Map-Darstellung. Und jetzt kann ich hier auch direkt in dieser Ansicht der Note E3 ein anderes Ziel zuweisen. In dem Fall jetzt hier mein VST-Instrument 3. Und da mache ich es jetzt mal ganz, ganz simpel. Ich ziehe hier einfach eine Linie. Es ist ein Sechzehntel als Raster eingestellt. Dann habe ich hier sowas. Ja, und damit habe ich der Spur jetzt auch nochmal einen eigenen Effekt zugewiesen, was sich hier anbietet. Ja, und was man jetzt hier auch ganz schön sehen kann, ist, wenn man Synthesizer zur Erzeugung dieser Drums verwendet, dann kann man die natürlich nachträglich wesentlich schöner verbiegen. Ich werde das jetzt hier mal ganz kurz probieren. Lass den Loop mal abspielen und verändere währenddessen zum Beispiel mal meine Hi-Hats. Ja, nur mal so als Beispiel. Das wäre jetzt hier eine ganz einfache Anwendung für Drum Maps. Ein kleines weiteres Beispiel werde ich jetzt hier noch in einer Extra-Lektion zeigen. Außerdem gibt es natürlich ganz viel Informationen zu diesen Editoren und auch zum Arbeiten mit Drum Maps auf unserem Lernkurs Hands-On Cubase Volume 2. Da wird dieses Thema neben vielen anderen auch ausführlich behandelt. Das wäre jetzt ein Problem. Das wäre jetzt das Thema, wenn man mit einem anderen schluss mit einem西kurs